Hallihallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Hier ist wieder Flufu und ich begrüße euch herzlich, recht herzlichen Dank an allen, die beim letzten Mal auch dabei waren. Und ich habe ja gesagt, wir wollen eine Signalquille. Ich möchte da jetzt... Okay. Eine Raumstation, okay. Da gehen wir später hin. Alter Schwede. Ich hoffe, mein Treibstoff reicht so lange. Boah. Alter. Ich hoffe, ich kollidiere hier nicht irgendwie. Ein blauer Planet. Ich hoffe, der ist etwas freundlicher als der eben. Boah. Also da haben wir ein bisschen Treibstoff auch sammeln können. Ansonsten ist unsere Reise hier ziemlich schnell beendet. Das ist mir auch schon mal bei Elite passiert. Ich habe früher auch Elite gespielt. Und... Okay. Okay. Äh... So. Uh! Das sieht ja schon wieder so kalt aus. Das sah erst so gut aus. Das ist noch ziemlich hoch. Oh nein, sind wir doch nicht. Wir haben hier auf jeden Fall. Boah, kann man hier irgendwie... Ah. Drehen wir mal. Gucken, wie weit wir hier sind. Wir sind ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. So. Okay. Boah, drehen wir mich, drehen wir mich, drehen wir mich, scheiße, scheiße, scheiße. Boah. Okay. Hier gekommen. Wie sieht das hier aus? Flora häufig, Fauna üppig. Da sind wir doch ganz gut angekommen. Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich wieder kaputte Technologie. 1616, Protokolleintrag, bla, folgt. Die funksprühen Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Signal entschlüsseln. Kein Treibstoff, Station nicht erreicht, kaum Gefahrenschutz, keine andere Wahl, unterirdisch, Basiscomputer eingesetzt. Ebenso wie die Protokolleintrag enthält das Signal, Pläne für einen Basiscomputer und einen Terrainmanipulator. Okay, mit etwas Glück erhält der Basiscomputer mehr Informationen über diejenigen, die die Nachricht hinterlässt. Pläne herunterladen. Neue Technologie entdeckt. Ja, das könnten wir vielleicht sogar schon. Äh, 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 das ist hier aber, ich hoffe, äh, ihr seid friedlich. Ich habe mich keine Lust hier. Hingefressen zu werden. Okay. Beide nervös. Gut. Furchtlos mündlich. Erkennt andere Spezies. Okay, den sollten wir vielleicht nicht zu nahe kommen. Das war irgendwie eine blöde Idee, hier zu landen. Okay, Dioxids. Gucken wir doch einfach mal, was haben wir denn hier. Sauerstoff. Super. Der Sauerstoff haben wir inzwischen hier genug. Aber, was haben wir da denn? Wir müssen ja mal ein bisschen scannen. Reines Ferrit. Aber auch im Fortgeschrittenen. Kohle-Kristalle. Guck mal da. Der Uran wäre nicht schlecht. Für Ritsstaub. Na gut, Wasserstoff haben wir inzwischen eine Menge. Wir brauchen uns für unseren Anzug. Aber gar nichts hier. Das ist übel. Das ist ja mal richtig übel. Das heißt, ich sollte mich nicht allzu weit vom... Was seid ihr denn hier für... Dingens. Irgendwas, wo vielleicht Natrium mal mit rauskommt. Das wäre cool. Salz. Okay. 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 Da scheint irgendwie eine Höhle zu sein. Wow. Alter Schwede. Wahrscheinlich kommt da jetzt Natrium mit raus. So als Abfallprodukt. Und Kobalt. Kann ich das abbauen von hier? Ja, das geht. Was haben wir da? Kohlenstoff. Na toll. Ja, das hilft mir alles irgendwie nicht weiter. Atriumnitrat. Ja. Gucken wir mal, wie weit das Ganze ist. Vor allem, können die vielleicht erst mal bauen. Das mache ich hier drin, damit ich hier nicht so... Allzu viel Dingens... Metallplatte brauchen wir. Okay. Exoanzug, da müssen wir gucken. Da habe ich langsam... Kann man das nicht irgendwie umverteilen? Ah, Exo-Objekte übertragen. Okay, jetzt brauche ich hier nicht... Das Raumschiff. Okay. Den schreiten brauche ich auch nicht. Den Sauerstoffkanister wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich den bräuchte. Genauso wie Kobalt. Okay. So, jetzt können wir hier auch eine Metallplatte herstellen. Zack. Produkt hergestellt. Okay. Ausreichend hier. Baue Raumschiff, A-Treibstoff. Okay. Wie macht man das jetzt? Wahrscheinlich Raumschiff. Raubstift, Starr, Treibstoff. Impulseantrieb. Pyrite. Tritium. Mhm. Das ist jetzt... ...die Wasserstoffe gesammelt. Baue Raumschiff, Starr, Treibstoff. Starrdüse. Raumschiff, Starr, Treibstoff. Ach, muss ich den hier... Ah! Ja, alles klar. Natürlich. So, ähm... Produkt hergestellt. Okay. Ach so, jetzt muss ich wahrscheinlich aufladen, ne? So. Zack. Technologie aufgeladen. Ja, geil. Kann ich davon noch einen bauen? Das wäre mega. Warum nicht möglich? Äh, da braucht man... Ach, so eine Metallplatte. Kann ich noch eine Metallplatte bauen? Was fehlt mir da? Fertig Staub. Das sollte kein Problem sein. Den kriegen wir ja. Hier unten was. Oh, jetzt ist diese Nervensäge schon wieder da. Oh, jetzt ist diese Nervensäge schon wieder da. Ähm, zack. Ja. Technologie aufgeladen. Was verfaucht denn hier so? Oh. Ähm, bist du... Freund oder Feind? Kelpflüli. Now, Bluttrinker. Okay. Ich, ähm... Zweck. So. Baukupfer ab. Basis-Computer. So, den Terrain-Manipulator. Mit P. Ah, okay. Stille-Dingens. Ja. Das kann ich doch bestimmt... Na ja, können wir auch nicht da herstellen. Und Kohlenstoff-Nano-Rohr. Zwei Stück brauchen wir. Kann man nicht stacken. So, ja, wait. So, jetzt müssen wir den noch installieren. Multifunktions-Werkzeug. Oder hier. Okay. So, sammle Kupfer. Ja, jetzt müssen wir mal Kupfer finden, ne? Ist der eigentlich nur da? Ähm, der ist immer noch da. So, wir haben hier Kupfer. Ich trau dem Vogel da nicht. Hm. Da haben wir auf jeden Fall. Folgt der mich? Ähm. Ja, das geht. Komm ich hier hoch. Ja. Geht. Oh, Quatsch. Ich hätte hier auch einmal rumlaufen können. Was war was hier denn so? Oh, da unten haben wir noch so eine Dreckspflanze. Es gibt ja auch welche, die Natrium geben, wenn man die abbaut. Die auch nur Sauerstoff. Oh. Ähm. Wie kann man das? Äh. Wechseln? Nee. Ah. Geh. Fuh. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier keinen Kupfer finde. Ne? 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 Das ist der Kollege. Aber jetzt kapierig ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier keinen Kupfer finden werde. Lass uns schon mal sagen, dass es auch eine ziemlich entspannte Musik hier ist. Äh. Da falle ich runter. Achso. Ne. Ich denke bald, dass ich tatsächlich abheben muss. Haben wir hier nur irgendwas? Ah. Speichern. Speichern. Oh ja. Was möchtest du? Ach, den haben wir ja. 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 Liebe Leute, ich würde einfach mal sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle erstmal. Da haben wir da ein Kupfervorkommen gefunden. Ich kenne jetzt die ganzen Symboliken nicht. Dann würde ich dann hier nochmal hinlaufen. Ah, das sieht auch alles. Ja, würde ich da hinlaufen oder? Ah ja, doch, 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 doch. Da ist Kupfer, da ist Kupfer. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja doch noch Kupfer. Lebensleichenungssystem. Oh ja, da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen aufladen hier. Einmal das. Und das, wo auch der Bram war. Und Natrium. Super. Wow. Okay. Da geht's lang. da haben wir dieses jenes welches reise meilenstein erreicht ja mega aufbuch 8000 und wow gut zurückgelegt da hätte ich mir doch irgendwie wieder das schiff schnappen und in die richtung fliegen weil ich glaube das wird so nichts oder eine kack pflanze materiei so danke sauerstoff nehmen wir mit ja ich denke mal das ist alles zu weit coole uran oder was wir finden würden ja sehr schön wo muss ich jetzt lang da ist mein schiff hier ist wieder so ein tunnel da reinfällt es ist in dem gelände hier sind auch teilweise tief ja ok liebe leute ich werde mich jetzt in mein raumschiff setzen und dann werde ich mich von hier verabschieden und zum kupfer fliegen wir wie gesagt da will ich jetzt kein ding ins draus machen kein fehler lesen das dauert mir alles zu lange jetzt zu laufen da wäre vielleicht mal so ein kleiner rover oder sowas ganz cool ja wenn es euch gefallen hat macht einen daumen nach oben abo freue ich mich auch immer drüber ich bin kurz vor den 100 wenn ich da den ein oder anderen noch kriegen könnte wäre das schön ja empfehlt es weiter und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder dabei seid ich sage tschüss 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 tschüss